Liebe Studierende, willkommen zur elften Videoübung des Semesters zum Thema Pendelschwingung. Bei der Frage A sollen wir bestimmen, was für eine Änderung der Schwingungsdauer eines Pendels möglich wird, falls eine kleine Abweichung der Gravitationsbeschleunigung G stattfindet. Wir beginnen die Lösung der Aufgabe mit der Feststellung, dass die Schwingungsdauer eines mathematischen Pendels mit der Länge L durch folgende Gleichung definiert ist. Die Periode T des Pendels ist gleich 2π mal Wurzel von L durch G, wobei eben L die Länge des Pendels ist und G die Gravitationsbeschleunigung. Notabene die Periode des Pendels ist tatsächlich unabhängig von der Masse, wie wir in der Vorlesung festgestellt haben. Man sucht eigentlich eine Darstellung der Variation dieser Periode nach einer kleinen Abweichung der Gravitationsbeschleunigung G. Wir müssen somit die relative Variation einer Größe gegenüber der relativen Variation einer anderen physikalischen Größe bestimmen. Mathematisch, dies entspricht der Ableitung von der Periode T nach der Gravitationsbeschleunigung G. Etwas Ähnliches haben wir in anderen Situationen in der Vorlesung gesehen. Damit können wir jetzt die Ableitung der Periode nach der Gravitationsbeschleunigung G berechnen. Dies ist gleich minus die Periode selber geteilt durch 2 mal G und bzw. nach Trennung der Variable dies ist gleich dT über T gleich minus 1,5 dG über G. Das heißt, wir haben hier wirklich die relative Variation der Periode des Pendels im Fall gegenüber dieser relative Variation der Gravitationsbeschleunigung. Bei kleinen Änderungen gilt also Nährungsweise, nämlich wenn Delta G viel kleiner ist als G selber, können wir schreiben, dass Delta T über T Nährungsweise ist gleich minus 1,5 dG über G. Eigentlich die gleiche mathematische Gleichung wie hier. Diese Gleichung entspricht sozusagen der physikalischen Darstellung der Variation der Periode, der relativen Variation der Periode, gegenüber der relativen Variation der Gravitationsbeschleunigung, eben bei sehr kleinen Abweichungen. Bei der Frage B soll man numerisch jetzt die Variation von G tatsächlich rechnen, um eine Änderung der Schwingungsdauer von 90 Sekunden zu erzwingen. Mit der Angabe der Aufgabe erreichen wir mindestens numerisch die relative Änderung der Periode. Das heißt, Delta T über T. Wir kennen Delta T, muss 90 Sekunden sein. T rechnen wir aus dieser Formel mit den Angaben der Aufgabe. Und dies, numerisch, entspricht einem Wert von minus 1,04 mal 10 hoch minus 3. Und somit mit der obigen Formel erreicht im Teil A lässt sich die Variation von G berechnen. Das heißt, Delta G, die gesuchte Variation, ist gleich minus 2 mal G mal Delta T über T, was wir eben numerisch bereits kennen. Und dies entspricht einem Wert von 2 cm pro Sekunde im Quadrat. Ziel dieser Aufgabe war zu erkennen, dass die Variation einer Variable relativ zur Abweichung einer anderen physikalisch mit der mathematischen Definition der Ableitung übereinstimmt. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.